So tauschen Sie die Druckerpatronen bei Druckern der Modellreihen HP DeskJet 2800, 2800i, 4200, 4200i, Ultra 4900 und Ultra 4900i aus. Erinnerung, Sie sollten fast leere oder leere Druckerpatronen stets durch neue HP Originalpatronen ersetzen. Schalten Sie zuerst den Drucker ein. Öffnen Sie dann die Zugangsklappe zu den Druckerpatronen. Der Druckschilden fährt automatisch zur Mitte des Druckers. Warten Sie, bis der Drucker sich im Bereitschaftsmodus befindet und keine Geräusche mehr verursacht, bevor Sie fortfahren. Drücken Sie leicht auf die schwarze Druckerpatrone im rechten Steckplatz, um sie zu lösen. Ziehen Sie dann die schwarze Druckerpatrone heraus. Nehmen Sie die neue schwarze Druckerpatrone aus der Verpackung und ziehen Sie die Schutzfolie mithilfe des Abziehstreifens vorsichtig ab. Achtung, berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte oder die Tintendüsen. Durch Berühren dieser Teile kann es zum Verstopfen der Düsen, zu Dosierungsfehlern und zur Störung der elektrischen Leitfähigkeit kommen. Halten Sie die schwarze Druckerpatrone an den Seiten fest. Setzen Sie sie vorsichtig in den rechten Schlitz ein, wobei die Düsen zum Drucker hin zeigen. Die Druckerpatrone muss in einem leichten Aufwärtswinkel eingesetzt werden. Drücken Sie sie hinein. Drücken Sie von oben auf die Patrone, bis sie einrastet. Wiederholen Sie den Vorgang für die dreifarbige Druckerpatrone im linken Druckschildensteckplatz. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Zugangsklappe zu den Druckerpatronen. Das Drucken einer Ausrichtungsseite ist immer sinnvoll, da der Drucker so die Druckerpatronen ausrichten und die beste Druckqualität bieten kann. Legen Sie zunächst neues HP-Papier im Format OS Letter oder A4 in das Zufuhrfach ein. Führen Sie dann die HP Smart App aus. Wählen Sie Druckereinstellungen, dann Druckqualitätstools und dann Druckkopf ausrichten aus. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Ausrichtungsseite drucken aus. Es wird eine Ausrichtungsseite gedruckt. Befolgen Sie nun die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckerpatronen auszurichten. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube Kanal.